Wo geht der Scheiß schon wieder los? Das kleine U-Boot ist zurück. Äh, was ist das denn für ein Mist? Das Raufenspurgers Gedämmenradio sucht WGs für eine Radioshow mit Unterhaltungscharakter. Also, mein Datum hält mit Heid. Und sagt uns jetzt Bescheid, warum wir mit eurer WG senden sollen. Ihr könnt heißes Wasser zum Kochen bringen. Ihr wettet, dass ihr wettend das bis zum Ende schauen könnt. Oder könnt ihr Kaiserpinguine, die selbst mit Kettensägen jonglieren. Wow, super. Also, wenn ihr auch so spitzen Typen wie wir seid, dann klingelt doch einfach mal bei uns durch und erzählt uns, warum wir gerade aus euren WGs senden sollen. Oh Mann, das wird auch als ein dickes Ende. Das kleine U-Boot sendet wieder. Ab dem 4.4. bringen wir wieder jeden Donnerstag um 19.30 Uhr Liebe über dich. Ey Simon, aufstehen. Ja ähn, aufstehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.